So einen wie ihn gibt es kein zweites Mal, Kultmoderator Carlo von Tiedemann hat jahrelang die aktuelle Schaubude moderiert und wurde dadurch deutschlandweit bekannt. Das NDR-Ruhrgestein gehört zu den intelligentesten und ehrlichsten Menschen der Branche. Doch er war monatelang verschwunden. Nun hat er verraten warum. Carlo von Tiedemann verschwunden Seine Stimme, sein Charme, seine Art, mit Menschen umzugehen, sind sein großes Talent. Carlo von Tiedemann saß bis vor ein paar Wochen noch am Mikrofon beim Radio, auf NDR 90,3. Doch dann war er verschwunden. Carlo von Tiedemann, Herz-OP Wie die Bild nun berichtet, habe von Tiedemann wochenlang im Albertinen Krankenhaus in Hamburg gelegen. Danach habe er sich einer Reha unterziehen müssen. Der Grund Im letzten Jahr ließ er sich einen Herzschrittmacher legen, der nun wieder raus musste. Keine leichte OP. Der Bild sagte er, ich kam mit einer bakteriellen Infektion an den Herzkranzgefäßen in die Klinik. Der Schrittmacher musste raus, es war lebensbedrohlich. Ich war sehr schwer ATM-ich und habe nur noch schlecht Luft bekommen. Doch damit nicht genug, während er im Klinikbett befand, habe er eine Lungenentzündung zugezogen und sich den Rückenwirbel gebrochen, den vierten von oben, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Er habe sich dann zwei weiteren OPS unterziehen müssen. Nun wolle er sich zu Hause von den Strapazen erholen. Seine Frau hat in der Zwischenzeit das gemeinsame Haus in Hamburg barrierefrei umgebaut. Dennoch ist von Tiedemann offenbar froh, dass er das Gröbste überstanden hat, ich bin dem Tod gerade nochmal von der Schippe gesprungen. Wir wünschen weiterhin eine gute Besserung.